Hallo liebe Ärzte, liebe Freunde, es gibt mal wieder etwas Neues und das möchte ich Ihnen ganz schnell mitteilen. Die GFG, das ist die Gutachtenstelle bei der Kultusministerkonferenz in Bonn, hat die Preise erhöht und ich muss sagen, ziemlich heftig. Während bisher ein Gutachten, ein detailliertes Gutachten 515 Euro gekostet hat, gehen die Preise jetzt hoch auf 1773 Euro. Das finde ich schon ganz schön heftig. 1200 Euro rundgerechnet mehr wird jetzt verlangt für die Ausstellung des Gutachtens. Begründet wird das mit einer zusätzlichen, man höre, ausführlichen Prüfung von nach dem Studium absolvierten Fortbildungs- und Berufserfahrungen. Und dann taucht die große Frage auf, dafür nimmt man dann 1700 statt bisher rund 500 Euro. Für 1200, immer rund gerechnet, wird also die Fortbildungs- und Berufserfahrung geprüft. Da muss man sich mit Recht fragen, wie soll das eigentlich passieren? Wer kann die Berufserfahrung Prüfung prüfen? Wie soll das gehen? Wenn in den Berufserfahrungen nicht detailliert berichtet wird, was man gemacht hat, wie soll man das dann überhaupt machen? Unbegreiflich. Aber wachten wir mal ab, wie das laufen wird. Auf jeden Fall stellen Sie sich darauf ein. Die Sachen kosten jetzt 1773 Euro. Und jetzt kommt noch was Interessantes dabei. Es gab in NRW eine Verwaltungsvereinbarung. Die ist sogar aus September 2015. Dort wurden die Preise bereits festgelegt. Echtheitsprüfung 545. Detailliertes Gutachten 515. Und dieses detaillierte Gutachten für 515 enthielt bereits die Prüfung der absolvierten Fortbildung und Berufserfahrung. Das galt damals nur für NRW. Und ich habe mich schon immer gewundert, dass in NRW diese Sachen noch mit bewertet wurden. In den restlichen Bundesländern war das nicht der Fall. Das heißt, in NRW erfolgt eine Preiserhöhung um 1200 Euro und es wird überhaupt keine Mehrleistung dafür geboten. Na, warten wir mal ab, wie das weitergeht.